Herzlich Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil. Und in der letzten Folge haben wir hier mit den beiden Brüdern Bekanntschaft gemacht und sie unter die Erde gebracht. Ich hoffe jetzt endgültig, weil ich... Nee, stimmt, an dem anderen war ich ja nur vorbeigerannt. Den hatte ich nicht umgebracht. Alles hat alles seine Richtigkeit, Freunde. Aber jetzt können wir auf jeden Fall hier mal gucken, ob wir hier vielleicht noch weiterkommen. Ich weiß gar nicht, hatte ich es schon mal probiert hier? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Es geht voran, Freunde. Alles klar, wir sind... Ich weiß, wo wir sind. Jetzt sind wir hier. Kopf angehauen. Was ist hier? Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Wir brauchen diesen verkackten Schlüssel. Hier kommen wir auf die Terrasse. Und kommen da wieder raus. Ich mach' hier mal auf. Wir haben keine Munition mehr. Fuck. Wir haben keine Munition mehr. Aber bei dem liegt Munition. Bei dem liegt Munition. Wo lag die nochmal? Lag die hier? Hier, was ist los? Oh. Du Schwein. Habe ich Pflanzen? Pflanzen habe ich. Pflanzen habe ich. So, hier kommen wir wieder zu dem... Dann kommen wir an diesen Schlüssel. Fahren. Verdammt. Wenn wir diesen Schlüssel haben, dann kommen wir durch... gefühlt den Rest der Türen. Entweder Helm oder Rüstung. Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Bedeutet, dass ich soll sterben? Aber ich... Ich bin ja mal stehen geblieben. Und ich probiere das jetzt nicht nochmal, ne? Weil ich weiß, dass ich sterbe. Aber ich... Soll ich... Aber es gibt ja sonst keine Nische zum Verstecken. Ich habe lange nicht gespeichert, Freunde. Auf dem Schild ist an der Schrift. Der Tod ist alles. Soll ich irgendwie... Also, dass ich das Gefühl bekomme, zu sterben? Wenn ich jetzt quasi... Hier... Ne, das Ding fährt mich um. Das hält nicht an. Hier geht es zu. Kann ich das irgendwie aufhalten? Wie ist das hier? Ja, das sind diese zwei... Wie komme ich an diesen Schlüssel? Verdammt. Warte, kann ich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, vielleicht... Brauchen wir sie jetzt nicht. Ne, das... Haben wir ja schon gesehen. Das passt nicht. Prüfen. Naja, den hatten wir uns ja. Kurz in der Steuerung gucken. Ziel wechseln. Verteidigungsobjekt. Karte. Status. Nachladen. Laufen. 180 Grad Drehung. Oh. Nice. Hm. Ich habe keine Money mehr. Money, money, money. Ich weiß halt nicht, ob ich... Ich würde es jetzt ausprobieren, aber ich habe halt nicht gespeichert. Und das lohnt sich jetzt noch nicht zu speichern, Freunde. Wir haben nur noch zwei Farbbänder. Das heißt, ich muss erst mal zurück und gucken, ob es irgendwo anders noch weiter geht. Ach, das ist so angenehm mit dem Ventilator, ne? Du. So, auf jeden Fall kann ich mir hier in dem Raum die Money holen. Klack. Lebt der jetzt, oder wat? Der war die ganze Zeit tot. Jetzt lebt er. Wo ist der? Wo? Hatte ich die Money hier schon mitgenommen? Scheiße, ich habe dich schon mitgenommen. Wo ist der? Ja, ich habe dich schon... Scheiße. Okay, ich muss den hier herlocken. Der ist bestimmt hier. Wo ist der? Ach, das sind die Raben. Warum sind die jetzt hier? Ich dachte, das wäre ein Zombie. Das sind ja die Raben. Okay. Aber lag hier nicht wirklich ein Typ? Haben vielleicht die Raben zerpflückt. Da geht der Tor, da geht der Tor. Warte mal. Ne, okay. Und ich frage mich immer noch, wofür die Sachen sind, die ich in der Kiste habe. Also zum Beispiel der Diamant. Von der anderen Seite verschlossen. Oder diese Passepartout, wenn ich es richtig ausspreche. Die Tür ist verschlossen. Wofür ist das? Das ist ein Aufzug. Scheiße, ich brauche Muni. Ich brauche Munition. Hatte ich noch welche in der Kiste? Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ich lege ihn mal ab. War ich eh? Hier war ich doch aber schon mal, oder? War das hier mit der Küche? Es war hier. Und ich habe keine Munition. Hier sind die beiden Zombies. Nein! Fuck, 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 fuck. Aber ich habe eine Pflanze. Ich habe eine Pflanze. Ich habe eine Pflanze. Da ist Munition. Da ist Munition. Go, go. Bruder. Ja. Alter, was? Was? Weg, 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 weg. Ich habe alles verballert. Willst du mich verarschen? Das ist doch... Das ist doch... Ich habe hier alles verballert. Das kann doch nicht angehen. Alter Schlüssel. Mitnehmen. Ja. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Haben wir hier noch was? Wir haben hier alles. Ich mache einen Abgang, Freunde. Ich habe die ganze Muni hier verballert. Oh, ist das ärgerlich. Ich verstehe es aber nicht. Manchmal ist das so sinnlos. Manche Zombies... Manche musst du dreimal... Auf manche musst du dreimal schießen. Okay, wir waren hier. Ja, aber ich kann jetzt nicht neu laden. Also wir müssen das so speichern. Und sag mal, warum... Das ist der Raum mit der Schreibmaschine. Hier. Kann ich da noch was einsammeln? Warum ist da rot? Auf dem Boden sind Blutflecken. Hoffentlich stammen sie nicht von ihren Freunden. Eine Einbuchtung zeigt, wo vorher das Symbol war. Könnte ich zum Beispiel das Ding da wieder reinstecken? Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Es geht ja um das Bild hier. Wenn die beiden einander erstochen haben, ist der Weg in ihr Schicksal frei. Könnte ich da jetzt mein Messer oder so reinstechen? Keine Ahnung. Irgendwas kann ich hier noch... Ich könnte hier zum Beispiel jetzt speichern. Aber bevor ich speichere, gehe ich nochmal hoch. Gehe ich nochmal hoch. Und ich hole jetzt das verdammte Symbol und stecke das da nochmal rein. Wenn es geht. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es einen schnelleren Weg gibt zu dem Safe-Room, aber... Äh, hier war das, ne? Ja. Scheiße. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich da noch irgendeine Munition habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich hatte alles mitgenommen. Ddudub, dudub, 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 dudub. War das hier? Ja. Das war hier. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Heidanei. Kriegen wir mal rin. Ich hab noch 15 Schuss. Okay, das ist schon mal geil. Zack. Zack. Boom. Ach nein. Kombinieren. Zack. Die fress ich mir auch mal rein. Zack. So. Das Symbol wollte ich mal mitnehmen und testen. Und ich würde... Und ein so ein Ding brauch ich. Ja, komm. Wir machen es nochmal. Taka, 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 taka. So. Weil... Ich hab so... Ich hab so das Gefühl... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich nicht. Diese... Diese Falle mit dem Schlüssel, ne? Da waren halt ganz viele Figuren mit dem Schild. Und dieses Symbol sieht halt aus wie ein Schild. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Der wiederholten Einpassung. Das bedeutet, das wurde oft rein und raus gesteckt. Keine besonderen Merkmale. Muss ich das vielleicht doch irgendwo anders rein tun? Okay. Ich versuch das jetzt nochmal da zu platzieren. Zack, zack, zack. Ich warte noch auf diesen Zombie hinter der Tür. Ich warte noch da drauf in der Animation. Warte. Wo müssen wir da lang? Alter, ich bin schon wieder voll raus. Das war unten irgendwo, ne? War das unten? Warte mal, hier ist doch... Hier blinkt es auch noch rot. Ich guck mal schnell, ob ich da noch was einsammeln kann. Wir haben aber auch schon echt... Ach, guck mal hier. Ich kann es nicht mitnehmen. Lalala. Objekte können sie nicht tragen. Hier war die... Hier ist der Dude. Kann ich da abkürzen, wenn ich bei dem wieder lang gehe? Ach nee, Quatsch. Wir müssen doch... Oh, ich bin... Warte mal. Ja, ich war jetzt grad vollkommen weg. Von der anderen Seite verschlossen. Wir müssen doch in den Speisesaal. Wir müssen in den Speisesaal. oder? Ja, im Speisesaal war das. Wir müssen hier runter. Geh ich jetzt einfach hier lang. Komm. Mal auf. Tippel, 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 tippel. Dass man bis jetzt auch noch kein Zeichen von denen gehört hat. Irgendwie von den Kollegen. So, ich probier mal. Das geht echt. Und das hat irgendwas geklickt. Guck ich jetzt vielleicht zu dem Bild oder so? Ist jetzt irgendwas dahinter? Ja. Irgendwas hat geklickt. Aber wat? Wat bringt das jetzt? Soll ich jetzt... Alter, wie echt das Feuer einfach aussieht. Holy shit. Ist jetzt irgendwas... Ich nehm's nochmal raus. Ich weiß nicht. Irgendwas klickt da. Ich kann's mir nicht vorstellen, Freunde. Aber ich würde jetzt mal probieren. Soll ich die Falle mal jetzt ausprobieren? Dann muss ich aber wieder hoch. Ah, ich hätte auch unten lang gehen können. Ah, jetzt ist egal. Bist du das erstmal schnallst? Auch wie das alles... Wie die ganzen Räume zusammenhängen, ey. Warte mal, wenn ich's unten... Vielleicht sieht man's ja hier. Wenn ich das unten reinstecke, ist jetzt hier oben vielleicht irgendwas anderes? Hier oder so? Ein Buntglasfenster. Das muss dann in der Mitte erinnert an eine Frau. So, hier ist der Kamin. Aber hier hat sich... Nix geändert, oder? Ist hier vielleicht irgendeine Tür, die jetzt auf ist? Ich will an diesen verdammten Schlüssel, Freunde. Munition liegt hier. Das darf ich nicht vergessen. Schnell vorbei. Lalalal... Oh, jedes Mal. Ist jetzt gut. Durch die Steuerung, ne? Das ist so fies gemacht. Deswegen haben die den da platziert. Weil die wussten... Ja, wenn die Kamera sich dreht... Komm, ich nehm nochmal zur Sicherheit ein Pflänzchen mit. Ja. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich werd jetzt sterben. Ich werd sterben. Ach. Ich... Ja. Ich bin ja so blöd. Okay, dann ess ich mal die hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das... Okay. Ich dachte gerade, weil ich das rote Kraut nicht essen konnte, das können sie hier nicht verwenden, dachte ich, wegen dem Schlüssel. Also sprich, ich kann an dem Schlüssel irgendwas anderes verwenden. Aber das grüne Kraut konnte ich ja jetzt essen. Ich trau mich nicht, Freunde. Ich trau mich nicht. Möge, wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Ich brauche mich nicht zu spüren. Ich trau mich nicht zu spüren. Wie komme ich an diesen elenden Schlüssel? Ich glaube, das war die Nummer 1, ne? Oder? Das war hier, ne? Ja, ja, genau, das hatte ich mitgenommen. Boah, Freunde. Da kann ich... Dann brauche ich das Symbol ja noch irgendwann. Dann lasse ich es doch in der Kiste. Ich dachte jetzt, ich bin clever. Ich dachte, die Macher haben das so gemacht, die Leute nehmen eh das Symbol mit. Und wir nie darauf kommen, dass das die Lösung des... Der Falle ist, des Rätsels. Aber da... Bin ich dir mal auf den Leim gegangen. Das hat nicht funktioniert. Okay, dann... Was ist, wenn wir uns jetzt nicht um die... Ich meine, wir brauchen E2-Schlüssel. Irgendwo muss ja der andere Schlüssel noch sein. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal... Es regt mich halt so auf, dass ich in diese Tür mit diesem abgebrochenen... Äh, äh... Mit dem abgebrochenen... Mit... Äh... Mit der abgebrochenen Klinke nicht mehr reinkomme. Ach, der Wichser steht ja noch hier. Das klingt doch eins zu eins wie ein Zombie. Aber vielleicht sind das auch Zombie-Raben. Was ist denn, wenn ich schieße? Das sind echt Zombie-Raben. Was zum... Warum? Lassen die wenigstens irgendwas fallen oder so? Wozu? Ja, ich bin eh gleich... Ja, ich lad mal. Ich hab mir gedacht, die fliegen weg, aber... Dass sie mich angreifen? Scheiße, Mann. Mir fällt gerade ein... Es gab ja auch noch diese Statuen. Und dann... Unten. Ihr wisst schon, beim Friedhof. Also diese Gesichter... Ich irgendwie vervollständigen muss. Aber das klingt so nach Ende irgendwie. Aus dem Raum hatte ich alles, ne? Ach, ne, da ging's raus. Da ging's raus. Da ging es raus. Und da konnte ich die ganzen Pflanzen und sowas. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hm. Ich könnte jetzt noch versuchen... Ach, ich hab ja kein... Ne, es führt nichts daran vorbei, Freunde. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen die Schlüssel. Wir brauchen die Schlüssel. Ein Ölgemäld in einem großen Rahmen. Die Farbe ist trocken und rissig. Ja, hier gibt's eh nichts weiter. Dann haben wir ja auch noch diesen Aufzug. Und ich brauche noch noch... Ich will auch noch die... Das Tape angucken. Ich hab bis jetzt noch keinen Rekorder gefunden. Wo ich das abspielen kann. Sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Ich könnte versuchen... Ich könnte versuchen... ...die Gittertür draußen aufzumachen. Beim Friedhof. Vielleicht geht das mit einem alten Schlüssel. Darum hab ich ja einen. Da blinkt ja irgendwas. Ach nee, die ist von der anderen Seite verschlossen. Aber wie komm ich da hin? Hier ist doch keine Tür. Achso, hier vielleicht... Was blinkt da? Was ist das? Hier ist halt auch nichts mehr. Wir haben hier alles eingesammelt. Scheiße, ey. Tja, so langsam, Freunde... ... bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiß nicht, wie wir an diesen Schlüssel kommen. Wir haben Diamanten. Wir haben so ein Wappensymbol. Das ist eigentlich, wenn ich hier rausgehe. Mach zu! Das ist doch nicht dein Scheißernst. Ich könnte jetzt auch neu laden, Freunde. Theoretisch, wir haben nichts gemacht. Ich könnte neu laden. Also in der nächsten Folge. Wir haben nichts gefunden. Ich könnte neu laden. Freunde, wir sehen uns wahrscheinlich dann im Safe Room wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und macht's gut. Bis dann. Ciao.